Lupen Lupe Pueng an Lupe Schuh, dann muss man da in die Lupe handeln Weißt du, er könnte Basteln aufmachen Basteln, ein Bastel aufmachen Heute ist waschener aufmachen Was war das Komme mit waschen Ja das war so ein gelber mit so einer Podar Daselw so geil Das war so, ich glaub, die haben alle Drogen, aber wo da war das Comics. Die war halt mit Spongebob, Kriegfilter, nachher da war die Drogen. Das zeigen wir unsere Kinder und wundern uns, wenn sie eine Ex-Stasi-Eiwaffe haben. Ex-Stasi-Eiwaffe? Interessant! Wir haben das so einmal verkannt, gell? Ex-Stasi, Ex-Nazi... Na, wir sperren Sie bitte!